Mein Name ist Rainer Kunze, ich leite das Sachgebiet für Fahrzeug- und Gerätetechnik bei der Feuerwehr Hannover. Die Feuerwehr Hannover besteht aus der Berufs- und der Freiwilligenfeuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr sind etwa 730 Personen beschäftigt und etwa 700 Kräfte unterstützen uns bei der Freiwilligenfeuerwehr. Die Feuerwehr Hannover absolviert im Jahr etwa 60.000 Einsätze. Hiervon sind etwa 7.000 Einsätze Brandschutz und technische Hilfeleistung. Unsere Fahrzeuge müssen schnell sein, müssen sich leicht im Großstadtverkehr bewegen können und wir brauchen viel Ausrüstung, um vielfältige Einsatzdinge erledigen zu können. Die Feuerwehr Hannover nutzt derzeit etwa 40 Fahrzeuge, die über ein Ellison-Getriebe verfügen. Unsere Erfahrungen mit dem Ellison-Getriebe sind durchweg gut. Die Getriebe schalten schnell, ruckfrei und wir haben auch bis auf Wartung keine Ausfälle zu verzeichnen. Unsere Fahrer kommen mit dem Ellison-Getriebe sehr gut zurecht. Die Schaltkulisse ist einfach, gut zu bedienen, übersichtlich. Das Fahrzeug selber beschleunigt ohne Schaltvorgänge, sodass die Fahrer kein Problem in der Anwendung haben. Bei den Löschzügen der Berufsfeuerwehr, die auch oft zum Einsatz kommen, verwenden wir nur vollautomatische Getriebe. Im Vergleich zu einem automatisierten Schaltgetriebe sehen wir durchaus Vorteile, weil wir gerade schnell auf kurzen Wegen beschleunigen müssen und keine Schaltpausen haben. Die vollautomatischen Getriebe sind für uns von Vorteil, da der Fahrer nicht von Hand schalten muss, nicht vom Verkehr abgelenkt ist. Wir schnell vorankommen und wenig Ausfälle der Fahrzeuge haben. Unsere Hilfeleistungslöschfahrzeuge haben eine lenkbare Hinterachse und erreichen so einen Wendekreis ähnlich einem Pkw, der liegt etwa bei 13,50 Meter. Der Econic ist bei uns erste Wahl, weil es ein Niederflur-Rahmenkonzept ist. Das heißt, der Schwerpunkt liegt tief. Dadurch kann das Fahrzeug mit höherer Geschwindigkeit Kurven fahren. Die Geschwindigkeiten erreichen wir unter anderem dadurch, dass wir in der Großstadt mit einem vollautomatischen Getriebe schnell beschleunigen können. Das ist eine Feuerwache. Die Beschleunigung ist für uns sehr wichtig, da wir gerade im Großstadtverkehr oft anhalten und wieder beschleunigen müssen. Aber ebenso wichtig ist eben auch das Anhalten und deswegen haben wir uns hier für die Kombination des Ellison-Getriebes mit einem Retarder entschieden. Unsere Erfahrung bei der Wartung der Ellison-Getriebe ist durchweg gut. In der Regel sind sie sonst für uns wartungsfrei. Bei anderen Getriebe-Kombinationen ist oftmals die Kupplung das Problem, die Mechanik und somit der Aufwand auch höher. Wir haben uns für Ellison-Automatik-Getriebe entschieden, weil wir damit schnell und sicher im Verkehr unterwegs sind und dem Bürger schnell Hilfe leisten können. Wir sehen uns für immer wieder. Wir sehen uns fürs Video von dermake vielleicht. Wir sehen uns auch dann auch im drew. Der realidad ist so, wenn wir uns in derEEEE мі queste Promote haben Oku. Vielen Dank.